Hallo, mein Name ist Carina, ich bin 23 Jahre alt und studiere dual an der DHBW Lörrach, den Studiengang BWL Tourismus. Das Studium besteht aus Theorie- und Praxisphasen. Die Theoriephasen sind direkt an der DHBW Lörrach und die Praxisphasen natürlich im Unternehmen. Das Studium mit dem Bachelorabschluss ermöglicht es einem später in eine Managementposition zu gelangen. Gerade jetzt, wo die Menschen wieder Lust haben, viel zu verreisen, sind Fachkräfte im Tourismus und in der Hotellerie natürlich gesucht. Ich würde ein duales Studium auf jeden Fall weiterempfehlen, weil für mich der große Vorteil in der Praxisnähe liegt. Also wenn dir Sprachen gut liegen, du Spaß im Umgang mit Menschen hast, dann passt der Studiengang auf jeden Fall zu dir. Das Studium mit dem Bachelorabschluss